Konsequent weiterentwickelt wird die Mini-Palette. Ein weiterer Schritt betrifft den Einsatz neuer Dreizylindermotoren. Im Mini Cooper D agiert nun etwa ein 1,5 Liter Dreizylinder-Diesel mit 116 PS. Der kleine Selbstzünder sorgt für durchaus sportliches Fortkommen und bleibt dabei akustisch vornehm britisch. Mit bis zu 270 Newtonmeter Drehmoment gewappnet macht das Sortieren der Gänge gleich noch mehr Spaß und das knackige Fahrverhalten ist ja sowieso inklusive beim Mini. In 9,2 Sekunden schafft es der Cooper Diesel von 0 auf 100. Die Spitze beträgt 205 kmh. Ob kurvige Landstraße oder langsamer Cityverkehr, der aktualisierte Mini ist da wie dort freudvoll zu bewegen. Das bescherte uns dann auch einen Testverbrauch von 7 Liter auf 100 km. Weniger sollte aber kein Problem sein. Nach wie vor kaum begeisternd ist das Platzangebot auf den Rücksitzen. Aber da erwartet man ohnehin nicht zu viel beim Kauf eines Mini, auch wenn es dank neuer Sitzkonstruktion ein paar Zentimeter mehr Raum sein sollen. Der Kofferraum ist gegenüber dem Vorgänger ebenfalls gewachsen, um 51 Liter auf 211 Liter in Grundstellung und nun lässt sich doch spürbar mehr mitnehmen. Insgesamt sind Materialanmutung und Verarbeitungsqualität deutlich verbessert worden. Das neue Anzeige- und Bedienkonzept mit Kombi-Instrument für Geschwindigkeit und Drehzahl direkt auf der Lenksäule und großem Zentralrundinstrument für zahlreiche weitere Anzeigen ist schnell vertraut, aber die Vielzahl an Features und Funktionen muss erstmal erkundet werden. Insgesamt ist der aktualisierte Mini Cooper Diesel mit dem neuen 116 PS Dreizylinder-Motor ein überzeugendes Package aus vernünftiger Motorisierung, Fahrspaß und ansprechendem Design innen wie außen. Dass der Mini nun eine Spur komfortabler ausgelegt ist und im Cockpit doch ein Stückchen weniger verspielt daherkommt, wird vielen Kunden sehr entgegenkommen. Preislich beginnt das Cooper Diesel Vergnügen bei 21.540 Euro. Mittlerweile ist auch ein Fünftürer zu haben auf Preis 900 Euro inklusive mehr Platz dank plus 16 cm Fahrzeuglänge.